Jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie die Ärzte hier sind. Sie haben sogar ein Tierbiss-Center. Doc! Das ist die Barstraße. Damit ich hier für 50 Cent die Rollerfahrt nehmen kann. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie die Supermärkte sich hier im Vergleich zu Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, Netto unterscheiden. So, willkommen zurück auf die Philippinen. Wie ihr seht, ist es sehr sicher. Hallo, hallo, how are you doing? Hier, die Bank nämlich, hallo. Ja, thank you, bye-bye. Ja, so, ich wollte mal zeigen, hier, sie sind immer schwer bewaffnet. In Deutschland bei der Sparkasse kann man sich das gar nicht vorstellen. Die würden natürlich überhaupt keine Schottkarten überhaupt haben. Nicht mal eine Handpistole. Das dürften die, glaube ich, gar nicht in Deutschland. Ja, jedenfalls, ich wollte euch heute mal in diesem Video das Leben hier zeigen. Ja, wie das so ist, zum Beispiel, dass man hier an der Straße gehen kann. Es gibt keinen richtigen Bürgersteig wie in Deutschland. Es ist alles ein bisschen chaotisch. Ja, also, kein Bürgersteig, da liegt ein Hund. Hier verkaufen sie, sie hängen die Kleidung trocken. Ich weiß gar nicht, verkaufen sie das? Ich sehe hier so ein Büdchen. Hier auch Jägermeister, hallo. Ja? 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 Ja, sie hat hier ein kleines Büdchen. Thank you. Ja, salamat. Ja, verkaufen Masten. Ja, der kleine Hund, das kleine Hündchen schlägt hier. Gucken wir mal, was es hier gibt. Hallo? Ja, hier gibt es kaltes Bier. Hier sind auch die Ausländer wieder. Ah, ja. Ich probiere das hier. Hallo? Ich probiere das hier. Ich probiere das hier. Ich probiere das hier. Ich probiere das hier. Oh ja, nicht sportbar. Guck mal, hier kann man Kohl spielen. Oh ja. Hallo? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ah, sie haben hier sogar Bauernschnitzel. Ohne N. Und Wienerschnitzel. Ja. Richtig deutsch. Aber leider nicht so viel Vegetarisches. Hier, deutsche Bratwurst gibt es auch. Sehr interessant. Mit Sauerkraut. Komm und gehen. Ach, sie kommen und gehen. Hier ein Deutschen gefunden. Ja. Wie heißen sie? Danke. Ach so, okay. Sie wollen wenig gefilmt werden, ja? Die Deutschen hier. Ja. Er kommt und geht, sagt er. Ja. Aber ja, es ist schwierig, die Ausländer hier zu filmen. Die wollen nicht. Ha? Drinks. No, I just want some food. I want some food. So, hier zeigen sie Sport. Windows muss noch aktiviert werden. So, Essen ist serviert. Für 6 Euro. Ist gar nicht so günstig hier in der Bar. Ist schon dunkel draußen. Hat echt lange gedauert. Haha. Ja. Er verkauft hier eine Chihuahua. Für 2000 Pesos. 30 Euro. Ja. Wie alt ist er? Ein Jahr und so. Fast zwei Jahre alt. Oh, zwei Jahre alt? Warum willst du ihn verkaufen? Ja. Weil ich ein bisschen Geld verkaufen bin. Oh, und du willst dein Kind für Geld verkaufen? Ja. Oh, okay. Ja, ich verstehe. Ich werde das für 25 Euro verkaufen. Oh, okay. Ja. Er verkauft seinen Hund. Die Kinder verkaufen ihre Sachen. Ja. Und das ist Sean übrigens aus Kalifornien. Ja. Ja. See you next time. Alright. So, es ist schon dunkel. Sie haben viel zu lange gebraucht, um das Essen zu servieren. Ja, und der Deutsche wollte nicht gefilmt werden. Ich habe gerade noch mal kurz mit ihm gesprochen. Er wohnt schon seit 30 Jahren hier. Ich frage mich, was die Leute hier machen. Ja. Und ein Amerikaner, Sean. Ja. Wohnt seit zwei Monaten hier. Kommt zum Urlaub hier runter. Ja. Und weil es halt günstig ist, Massage. Ja. Ja. Aber es gibt hier keine Prostituierten wie in Thailand zum Beispiel. Oder ganz wenige. Zumindest habe ich keine gesehen. Aber wer weiß. So. Und jetzt ist es leider schon dunkel. Nicht so gut zum Filmen. Deshalb sage ich, machen wir morgen weiter. Ich muss morgen auch umziehen. Deshalb zeige ich euch direkt morgen mein neues Apartment. So. Heute muss ich leider umziehen, da mein Airbnb schon ausgebucht ist. Ja. Und ich wollte euch zeigen, man kann auch mit all dem Gepäck hier auf einem Motortaxi fahren. Ja. Erstmal Helm auf. Genau. Und dann Sack drauf. So. Die Tasche in die Mitte. Oder geht das? Geht das? Ist okay? Okay. Alright. Let's go. Ihr seht, es geht auch mit viel Gepäck. Man nennt mich ja nicht umsonst den Charlie. Ja. Damit ich hier für 50 Cent die Rollerfahrt nehmen kann. Denn ein Taxi hätte 1,50 Euro gekostet. Jetzt spare ich 1 Euro und fahre mit dem Roller. Aber es ist wirklich kein Problem. Es geht ganz gut so. Es ist sicher. Aber es ist nicht so weit. Denn wir ziehen wirklich in dieses Gebäude nach vorne. Man sieht das Hochhaus. Das ist das Haus, wo wir jetzt hinziehen. Das neue Airbnb. Das würde ich natürlich nicht empfehlen für längere Strecken. Dann würde ich ein Auto nehmen. Das ist wirklich nur 5 Minuten. Und es sieht auch nach Regen aus. Aber wenn es regnet, kann man auch nicht diese Motortaxis nehmen. Das ist eine normale Taxi. Dabei ist halt dreimal billiger. Aber die Taxi sind trotzdem billig hier. Für 1,50 Euro. So. Jetzt sind wir da. So. Dann sind es genau 50 Cent. Vielen Dank. Ja. So. Jetzt kommen wir an zum Horizon. Hallo. Horizon. Ja. Ich habe ein Booking. Ja. Ich habe ein Booking. Da. Alright. Ich weiß gar nicht. Es ist ein Apartment. Es war bei Airbnb. Jetzt müssen wir mal gucken. Es sieht fast wie ein Hotel aus. So. Hier. Wir checken jetzt ein. Im 43. Stock. Das ist ja unglaublich. Das ist ja ein riesiges Haus. Wow. Die Motorradfahrt ist natürlich nicht gut für die Haare. Das ist ein kleines Problem mit dem Helm. Jetzt hätte ich doch das Taxi genommen. So. Jetzt sind wir da. Ja. So. Wir sind hier. 43. Oh. Das sieht ja wunderbar aus. 18 Euro die Nacht. Mit Klimaanlage. Kleines Studio-Apartment. Ich meine klein aber fein. Für den Preis. Wirklich sehr, sehr gut. Mit tollem Ausblick auf die Stadt. Ja. Hier die Fenster könnten wir mal putzen. Aber sonst. Sehr schön. Very nice. Ja. And the bathroom. It's all clean. Alles sauber. Licht. Ah ja. Klein aber fein. Heiß Wasser natürlich. Wow. Jetzt wo die Sonne rauskommt. Ist der Ausblick ja wirklich herrlich hier. Die Kirche. Die Berge. Ist das ein Friedhof da vorne. Sehr interessant. So. Zum Leben in den Philippinen gehört natürlich auch das Einkaufen. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen. Wie die Supermärkte sich hier im Vergleich zu Edeka, Rewe, Aldi, Lidl, Netto unterscheiden. Ich bin hier in einem der größten Supermärkte. Ja. Er heißt Metro. Ich will jetzt keine Werbung machen. Aber ich wollte mal zeigen, dass es hier auch wirklich sehr modern ist. Aber es ist nicht alles günstig. Ja. Also es gibt natürlich verschiedene Supermärkte. Aber die Preise sind relativ hoch teilweise. Je nachdem was man kauft. Vor allem bei importierten Produkten. So. Erstmal hierzu Gemüse. Man wird begrüßt von einem kleinen Esel hier. Sehr schön. Und haben sie hier Sachen, die ich gar nicht kenne. Santol. Ich habe keine Ahnung was das ist. Für 1... Also 60 sind 1 Euro. Das heißt, das sind 1,25 Euro das Kilo. Dann gibt es hier Mangos. Relativ teuer. Fast 5 Euro das Kilo. Diese Mangos. Also sehr grün. Ein bisschen billiger. Dann haben sie hier diese komischen Früchte. Guiabano. Also das gibt es in Deutschland gar nicht. Ja. Die verrücktesten Sachen findet man hier. Dann überraschend sind die Bananen extrem teuer. Ja. Wie man sieht. Über. Das sind 2,50 Euro für diese verschimmelten Bananen. Pro Kilo. Unglaublich. 2,25 Euro. 2,30 Euro. Ich weiß es nicht genau. Pro Kilo extrem teuer. Es gibt aber verschiedene Bananen. Diese Bananen kosten dann nur unter 1 Euro das Kilo. Vielleicht hole ich mir davon ein paar. Die sehen ganz gut aus. In Deutschland gibt es gar nicht so viele verschiedene Bananen. Man sieht hier. Alles verschiedene Bananen. Verrückt. Aber die Preise hier auch wieder über 2 Euro. Und dann so Bananen wie in Deutschland auch über 2 Euro. Ja. Wie sollen sich die Leute das hier leisten können. Die verdienen auch viel weniger als bei uns. Ne. Und dann hier. Äpfel. Ähm. Sieht man hier. 4 Äpfel für 3 Euro. Auch relativ teuer. Im Vergleich zu Deutschland. Aber es kommt drauf an. Was ich persönlich mag. Sind immer. Hier. Diese. Abgepackten Früchte. Da gibt es zum Beispiel. Wassermelonen. Honigpilonen für 1 Euro. Das Paket. Je nachdem ich will. Das ist auch hier 1 Euro. Ja. Wir sind relativ spät. Deshalb gibt es nicht so viel Auswahl. Normalerweise gibt es mehr hier an Früchten. Auch hier. Jackfruit ist das hier. Für 2 Euro. Das Paket. Hier die Salate. Ja. Auch 2,50 Euro. Ja. 3 Euro. So ein Salat. Wie Deutschland fast die Preise. Ja. Aber hier haben sie teilweise welche. Aber auch die sind teuer. Die sind 2 Euro. Es gibt günstigere hier vorne. Aber die sind jetzt ausverkauft in die Zeit. Was auch deutlich teurer ist. Ist der Käse. Ja. Ich esse selber keinen Käse. Aber wenn man guckt hier. So ein bisschen Käse. Ihr wisst das. Das sind 15 Euro fast. Ja. Für ein bisschen Käse. Hm. Aus Frankreich. Sie haben sehr hohe Preise. So ein bisschen hier. Das kostet natürlich jetzt 4 Euro. Aber das ist auch kein guter Käse. Ja. Das wird man hier auf jeden Fall vermissen. Wenn man Käse mag. Ja. Hier niederländischer Käse. Ganz bisschen. Für 5 Euro. Ja. Fleisch. Sowas essen wir nicht. Aber. Joghurt. Auch. Hab ich gesehen. So ein Liter Joghurt. Kostet. Was sind das hier? 4. Über 4 Euro. Unglaublich. Ja. Auch hier. Frisch gepresste Säfte. Ein Liter. 4 Euro. Extrem teuer. Das ist in Deutschland deutlich billiger. Hier so ein Pampelmusensaft. Über 4 Euro. Sehr teuer. Das ist halt schon ein Nachteil. Ja toll. Cola für 1 Euro. Aber. Da die Philippinen auch sehr religiös sind. Verkaufen sie direkt neben den Wein. Hier diese Heiligen Altar. Das Altarbrot. Ja. Für 1,50 Euro. Das finden wir in Deutschland auch nicht so oft im Supermarkt. Und auch sonst hier komisches Zeugs. Palmenüsse. Was ist das hier? Das kenn ich ja auch nicht. Hier auch Saft. Guckt ihr. 100%iger Saft. Äh. Wie viele Liter sind das? Das sind ja hier 15 Euro für 4 Liter. Ja. Also nicht 15 Euro, sondern 13,50 Euro für 4 Liter Saft. Das ist ja wohl echt absolut verrückt. Ja. Und Mango. Nektar sogar. Ist nicht mal frisch gepresst. Äh. Mit Zucker. Und dann auch hier. Äh. 12 Euro irgendwas. Ja. Die Preise. Absolut verrückt. So Säfte hier. Apfelsaft. Auch über 5 Euro. Ja. Unter 2 Liter. Ja. So Teller und so gibt es hier auch. Aber ja. Ihr könnt ihr mal sehen. Ich will jetzt nicht meckern. Aber man muss gucken. Die Leute verdienen sehr wenig. Und bei diesen Preisen. Ne. Ist wirklich schwer zu überleben. Deshalb gibt es so viel Armut. Das könnt ihr nicht kaufen. Toastbrot für 1 Euro. Das kostet es in Deutschland. Ich weiß es nicht. Ist ja nicht alles teurer. Es gibt ja auch günstige Sachen. Reis zum Beispiel. Manche Früchte sind günstiger. Aber sonst. Schokolade auch. Sehr sehr teuer. Natürlich. Importiert. Was ich kaufe. Und was auch nicht so teuer ist. Sind die Nüsse. Walnüsse. 85 Gramm. 1,60 Euro. Mandeln. Auch hier 85 Gramm. 1,50 Euro. 1,60 Euro. Das geht noch vom Preis. Ja. 85 Gramm. Das ist sogar ein bisschen billiger als in Deutschland glaube ich. Vor allem diese großen Pakete. Ja. Sie haben hier 1,3 Kilo für 20 Euro. Das ist ganz gut. Denke ich. Hier die Walnüsse sogar noch billiger. Ja. Also fast ein Kilo für 15 Euro. Das geht noch. Ne. Ich kaufe die in Deutschland auch so teuer oder sogar teurer. Ja. Aber ja. So. Ich denke das reicht doch hier langsam vom Supermarkt. Ja. So. Ich kaufe Nüsse und ein paar Haferflocken. Die Haferflocken sind auch nicht so teuer. Also hier auch einheimische Produkte. Buy local. Zum Beispiel getrocknete Mangos aus dem Philippinen Cebu. Gibt es hier 200 Gramm für 4 Euro. Und andere Sachen. Ja. Die sind aber gezuckert. Getrocknete Kokosnüsse für 1 Euro noch was. Also gut wenn man einheimische Produkte kauft. Aber ich esse sowas eigentlich nicht. Ja. Was haben sie hier noch? Alles Mango. Mango Schokolade. 5 Euro. Ja. Auch hier getrocknete Mango. Ist auch ein bisschen teuer. Bananenchips. Na ja. Gut. 1 Euro noch was. So. Mal probieren. Vielleicht. Nehmen wir nicht. Hier sieht man auch den Affen. Den Tarschier. Hatten wir im letzten Video aus Bohol. Gesehen. Auch nur 1 Euro für die Chips. 60 Gramm aber. Ne. Ist nicht so viel. Extra Virgin Kokosnussöl. Können wir noch holen. Hier. Non-Food. So. Natürlich auch deutsche Produkte hier. Recipe von Germany. Haribo. Ja. Aber sonst nicht so viel Deutsches. So. Für Veganer auch nicht sehr gut. Diese Mandelmilch. Auch über 3 Euro. Ja. Das ist leider nicht so günstig. Braune Reismilch. 4 Euro. Normale Milch. Auch über 1 Euro. Teurer als in Deutschland. Na gut. Ich persönlich kaufe die Sojamilch. 1,50 Euro. Aber auch gezuckert. Sie haben keine ungezuckerte. So. Haferflocken auch. Teurer als in Deutschland. 500 Gramm. Kosten auch fast 2 Euro. Ist nicht günstig. So. Das ist mein Großeinkauf heute hier. So. Hinter mir das Johnny B. Das bekannteste Restaurant der Philippinen. Und jetzt. Beim letzten Mal habe ich gesagt. Es gibt keine Prostituierten hier in Cebu. Aber. Ich habe doch sowas gesehen. Und ich persönlich bin da eigentlich nicht daran interessiert. Aber ich dachte vielleicht. Ihr wollt sowas vielleicht mal sehen. Deshalb gehe ich erstmal kurz da vorbei. auch mit meinem Supermarkt einkauf. Haferflocken und so. Aber. Mal gucken. Jetzt ein bisschen undercover filmen. Mal zeigen wie es da aussieht. So. Hier. Das ist die Barstraße. Gucken wir mal. So. Hallo. 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 Polizeidat. Kommas rein. Hallo. 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 ja nichts für mich auch nicht so attraktiv fand ich ja aber ja mal gucken was die noch so gibt es gibt mehrere solcher bars ich weiß es nicht ich glaube deshalb sind die alten männer auch hier so häufig hier haben sie normale bars was ist das ja und gegenüber hier man soll die handfeuerwaffen hier abgeben ja auch die sowas hier haben was sind das denn hier überhaupt striptease bars ich habe überhaupt keine ahnung ja genau das gleiche hallo ich habe keine ahnung ob das prostituierte sind oder einfach nur begleitung dass sie getränke wollen ich weiß es nicht hier sind alle welche gibt es zum beispiel für alle 50 hühnchen mit wir ja 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 250 how many how many battle fight oh oh hello do you have a boxing you have boxing no boxing Kein Boxing. Oh, nur in Vanilla? Ja, Billiard. Oh, nur in Billiard? Ja, in Vanilla. Ah, und du hast die Shows oder was? Nein, nein. Oh, du hast eine Leinbahn in der Mitte. Ja, eine Leinbahn in der Mitte. Dance Shows? In der Mitte. Nicht Dance Shows? Nein, in der Mitte. Oh, keine Dance Shows. Okay. Nur Leute und Mädchen. Ah, okay. Oh, okay. Oh, okay, ich verstehe. Hallo, guten Abend. Oh ja, hast du einen Offer? Ja, 250 Bucket. Oh, 250 Bucket. Oh, ich verstehe. Sehr schön. 5 Models? Ja. Wow, okay. Ich habe da eigentlich kein Interesse dran. Ich fühle mich da auch nicht wohl. Ich wollte es euch nur mal zeigen. Ich glaube, manche Leute haben da Interesse dran. Aber ich persönlich nicht so sehr. Hallo. Hallo. Aber sie hatten ein sehr gutes Angebot. 5 Bier San Miguel für nur 4,25 Euro. Das ist ganz gut für eine Bar. Ja, man müsste jemanden haben. Ich trinke keine 5 Bier alleine. So, jetzt bin ich auch schon zu Hause, aber es ist gar nicht so weit weg von hier. Dem höchsten Gebäude Cebus übrigens. Ja, aber es gibt hier noch, es gibt hier Domino Pizza, 7-Eleven, aber sonst nicht so viel. So, zum täglichen Leben gehört natürlich auch die Gesundheitsvorsorge. Jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie die Ärzte hier sind. Ja, es ist relativ günstig. Ich wollte mal einen kleinen Vorsorgecheck machen. Blutuntersuchung. Und hier kann man sehen, es ist alles ein bisschen chaotisch im Vergleich zu Deutschland. Ja, ich kann sehen. So, für den Blutcheck. Für den Blutcheck. Für den Blutcheck. Ah, okay. Okay, thank you. So, hier sieht man die Leute warten. Das ist alles ein bisschen chaotisch. Aber dafür ist es auch sehr günstig. Ja. So. Mal gucken. Hier gibt es sogar für die Toten, gibt es hier sogar die Beerdigungspermit. Und hier, sie haben sogar ein Tierbisscenter. Das finden wir in Deutschland auch nicht. Ja, sie extra dafür. Und es sind ja ganz viele gebissen worden. Ja, von den Tieren. Ja. You wait for the animal bite center? You got bitten by what animal? What animal? Dog. What is it? Dog. Dog. There's dog with you. Dangerous. A street dog. Ah, your brother. Okay, alright. Good luck. Thank you. So, er wurde von einem Hund gebissen. Sehr interessant zu sehen. Aber sie haben natürlich auch giftige Tiere hier. Aber ein Hund gebissen natürlich häufiger. So, hier war es total verrückt, was hier alles los ist. Sie haben auch im Krankenhaus hier oder in der Klinik ein Volleyball-Netz. Das ist total verrückt. Aber ja, sehr interessant. So, es gibt auch einen schönen Pool hier. Aber leider sehe ich gerade das Dienstag zum Schlossen. Das ist blöd jetzt. Das heißt, ich mache Sport im Treppenhaus. Ja, das Haus hat ihr 55 Stockwerk. Es ist das höchste hier in Cebu. Und deshalb, ja, kann man hier sehr schön von unten nach oben laufen. Mir ist natürlich nicht so gut wie das Fitnessstudio, aber es geht auch. Sehr anstrengend. Habe ich gerade schon gemacht. Von 14 bis zum 55 Stock. Und jetzt bin ich hier im 9. und laufe das Ganze nochmal nach oben. So, kann man sich das Fitnessstudio sparen. Ja, dann war es das auch von diesem Video. Morgen geht es nach Japan. Und mal gucken, was es dort zu entdecken gibt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. So, ich wollte mich nochmal ganz kurz für die Spenden bedanken. Nach dem letzten Video aus dem Slums, wo wir den Kindern Reis gebracht haben. Also, zum Beispiel hier ein paar Namen. Tino Herklotz. Erdogan. Senli Koglu. Ja. Thomas Striezel. Daniel Feldmann. Angelo Galliano. Katik Satta Gunarayan. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Daniel Korn. René V. Christian Herold. Kai Hornberg. Moritz Hingst. Und Tim Dotzer. Auch Frank Liesemann. Pascal Gessler. Markus Kempken. Vielen, vielen Dank an alle Leute, die gespendet haben. Ja. Ich werde das Geld in Zukunft auch für einen guten Zweck benutzen. Irgendwo in den Slums. Ich weiß nicht, ob es der gleiche Slum werden wird. Aber irgendeinen Slum auf jeden Fall. Und falls ihr spenden möchtet, ja. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu meiner Paypal-Adresse. Und all diese Gelder werde ich dann in Zukunft für irgendeinen guten Zweck verwenden. Also, vielen Dank.